Verrate mir, wer bin ich. Kapitel 19 Rostige Scharniere So ein Drachenmist! Draco stand auf und lief hin und her. Er hatte den gesamten Abend darauf gelauert, dass Narzissa mit dem Portschlüssel nach England reiste. Denn er wollte nicht, dass sie von dem Besitz des Zaubertranks erfuhr. Trotz des neuen Friedens zwischen ihnen vertraute er ihr nicht. Eltern mussten schließlich nicht alles über ihre Kinder wissen. Es dauerte bis weit nach Mitternacht, bis sie verschwunden war. Erst als er ihr versprach, beim baldigsten Empfang dabei zu sein, war sie gegangen. Nachdem Narzissa das Haus verlassen hatte, stürmte er zur Kommode und kippte sich den Trank hinter. Übelkeit und Kopfschmerzen erfassten ihn. Er legte sich ins Bett und starrte an die Zimmerdecke. Er wartete, dass der Zauber begann. Innere Unruhe erfasste ihn. Draco war frustriert und stand auf. Er ging erneut in der Stube auf und ab. Auf dem Tisch lag ein schwarzes Feuerzeug. Er nahm es in die Hand und knipste es ungeduldig an und aus. Harry und Ron hatten es ihm gegeben. Den Grund hatte er nicht erfahren. Verärgert legte er es auf den Tisch und nahm im Sessel Platz. Einen Malfoy bringt nichts aus der Ruhe. Diesen Satz hatte ihm sein Vater eingetrichtert und ihm einige Entspannungstechniken gezeigt. Als der dunkle Lord in ihrem Haus ein- und ausgegangen war, war es wichtig gewesen, sich nichts anmerken zu lassen und ihm stets gelassen gegenüber zu treten. Damals hatte Draco den Eindruck, dass ihm das besser gelänge als seinem Vater. Was war er doch für ein anmaßendes Büschchen gewesen. Er schloss die Augen und konzentrierte sich auf sein Gesicht. Glätte die Stirnfalten, entspanne die Augenbrauen, lasse den Kiefer locker, achte auf deinen Atem. Draco war immer noch erstaunt darüber, dass Harry und Ron ihn gefunden hatten. Anscheinend wusste das Ministerium schon länger, wo er sich aufhielt. Die beiden Auroren wollten unbedingt zu ihm nach Hause, jedoch hatte er sie davon abgehalten. Jean musste in der Klemme stecken, wenn sie solche Kompromisse eingingen. Sein Blick verschwamm. Der Trank begann, seine Wirkung zu entfalten. Seine Erinnerungen verstörten ihn. Er hatte gedacht, dass sie mit Hermine anfangen würden. Stattdessen starteten sie in seiner frühesten Kindheit. Er war etwa sechs Jahre alt, als Belladrix seine Familie heimlich besuchte, Zauberbücher entwendete und ihn anschließend obliviierte. Seine Mutter hatte er mit seinem Ungehorsam zur Weißglut gebracht, sodass sie ihn schlug. Seine Wangen brannten und Tränen liefen daran herunter. Narcissa bereute ihre Tat und obliviierte ihn. Draco ertrug dies ungeduldig. Sein Gedächtnis schien chronologisch zurückzukehren. Jedes gelöschte Ereignis aus seiner frühen Kindheit verzögerte die Erinnerung an Jean. Seine Mutter hatte ihn geschlagen und es ihn vergessen lassen. Er bekam Mitleid mit seinem früheren Ich. Während er durch die Vergangenheit reiste, erlebte er jeden Schlag und jeden Schmerz nochmal neu. Seine Mutter fand zahlreiche Gründe für seine Strafe. Der Teller war nicht aufgegessen, das Zimmer unordentlich, die Vase kaputt, seine Schrift krakelig. Dann gab es eine Abweichung. Sein Vater kam herein und bemerkte die Übertretung seiner Mutter. Unter Tränen gestand sie ihm ihre Überforderung in der Kindererziehung und er sprach ein Machtwort. Du kannst den Jungen nicht ständig obliviieren. Sein Geist hält das nicht ewig aus. Er wird irgendwann so verrückt wie deine Schwester. Ich verbiete es dir. Finde einen Weg, ihn zu erziehen. Wozu haben wir Elfen? Nach einer Stunde waren alle verzauberten Kindheitserinnerungen von Draco zurückgekehrt. Er ging aus dem Haus und lief durch die Dunkelheit. Sein Verstand versuchte, das Erlebnis zu begreifen. Gleichzeitig war er bestürzt, dass es nicht weiterging. Hatte der Trank Fehler? Konnte er nur eine gewisse Anzahl von Erinnerungen zurückholen. Nach dem Spaziergang legte er sich ins Bett und versuchte zu schlafen. Am Morgen tauchten dann Erlebnisse aus Hogwarts auf. Ein kleines, braunhaariges Mädchen lief durch den Zug und fragte ihn, ob er eine Kröte gesehen hätte. Sein erstes Gefühl war Anerkennung. Sie wirkte so selbstbewusst, während sie durch den gesamten Zug schritt. War ihr nicht klar, dass sie jeder als das Mädchen, welches nach der Kröte fragte, abstempelte? In den Unterrichtsstunden nervte sie ihn. Überall gab sie die richtigen Antworten und jeder Zauberspruch gelang ihr auf Anhieb. Wie konnte man nur so perfekt sein? Sie besaß überhaupt kein Feingefühl und rollte mit den Augen, wenn jemand eine Frage zum Unterricht oder Schwierigkeiten hatte. Eigentlich hätte sie sehr gut in das Haus der Slytherins gepasst. Geschockt nahm er zur Kenntnis, dass sie mogelstämmig war. Vielleicht hätte er sie damals links liegen lassen, hätte sie nicht mit Potter herumgelungert. Sie ließ ihm keine Wahl. Sie war das perfekte Opfer. In seinen manipulierten Erinnerungen entsahn er sich an den Streit mit Ron und Harry. Hermine war ein dunkler Schatten. Doch jetzt sei er die Wahrheit. Die Gestalt wurde zu einem Mädchen, welches er stets beleidigte. Mit Häme beobachtete er, wie ihre Freunde für sie in die Bresche sprangen. Draco lag jetzt seit fünf Stunden im Bett. Die Sonne schaute hinterm Horizont hervor. Mit jeder Erinnerung wuchs seine innere Reue. Er wusste, dass er als Kind ein Ekel gewesen war. Würden seine Kinder sich so benehmen, er würde sich aus Scham nie wieder vor die Haustür trauen. Wohingegen seine Eltern ihn zu diesem Verhalten ermutigten. Wie sollte er das wieder gut machen? Er hatte grundlos ein Mädchen gemobbt. Sie beschimpft, weil er es konnte und es genossen. Noch elender ging es Draco, als er sich an die Schreckensherrschaft im Malfoy Manor erinnerte. Er hörte ihre Schreie. Damals hatte er feige das Haus verlassen, um sie nicht zu hören. Von allen Menschen auf der Welt hatte er sie am meisten verletzt. Sie musste ihn hassen. Seine Kopfschmerzen nahmen zu. Hermine und Jean waren ein und dieselbe Person. Er versuchte, beide Gestalten miteinander zu verknüpfen und scheiterte. Das brünette Mädchen und die blonde Frau. Sie passten nicht zueinander. Er brauchte unbedingt weitere Erinnerungen. Wenn Jean wieder zu Hermine wurde, würde sie ihn dann küssen? Niemals. Hatte sie den Trank ebenfalls getrunken? Draco sprang aus dem Bett. Vielleicht ist sie geflüchtet, weil der Trank bei ihr sofort wirkte. Er lief durch die Stube zum Ausgang. Sie war klein und zierlich. Bei Tränken setzte der Heilungsprozess bei Männern und Frauen unterschiedlich schnell ein. Dann wusste sie auch, was für ein Arschloch er war. Archeo Flacon, murmelte Draco im Garten und eine Flasche flog vom Gras in seine Hand. Sie war leer. Erkenntnis durchflutete Draco. Deshalb war sie weg. Sie wusste, wer Draco Malfoy war und wollte nichts mit ihm zu tun haben. Draco setzte sich auf die Stufen seines Hauses. Jean war vor zwei Tagen verschwunden, Harry und Ron meinten, sie sei in Gefahr. Er musste sie retten. Aber wo könnte sie sich verstecken? Jean erwachte in ihrem neuen Bett. Das Ungeheuer hatte sie schlafen lassen. Hogwarts war vollständig zurückgekehrt. Neville, Luna, Ginny, Fred, George, McLagan, Percy, Professor Dumbledore, Professor Snape. So viele Namen. Und da waren ihre besten Freunde, Harry und Ron. Ihre Erinnerung reichte bis zu der Suche nach den Horcruxen. Aber was war danach geschehen? Hatten sie sie gefunden? Draco Malfoy. Auch ihn kannte sie. Sie musste laut lachen. Er war so ein bedauerliches Kind gewesen. Zuerst hatte sie unter ihm gelitten. Doch dann tat er ihr nur leid. Wer so viel Hass verspürte, konnte kein glückliches Leben haben. Und dann ging Lord Voldemort bei ihm ein und aus und er wurde ein Todesser. Sie fand es gruselig, wie falsche Erziehung junge Leute bis ins erwachsene Alter lenkte. Wie sollte es mit ihnen weitergehen? Sie hatte sich in den wunderbaren Mann Draco verliebt, doch nun erinnerte sie sich an das Kind Malfoy. Konnte Abneigung zur Liebe werden? War es gerecht, ihm seine Vergangenheit vorzuhalten? Hatte er mit ihr gespielt? Jean war sich nicht sicher. Mach dich nicht lächerlich. Du sitzt hier fest und machst dir Gedanken über deine Beziehung mit Draco. Die Tür schwang auf und der Gefängniswärter trat ein. Guten Morgen, Kätzchen. Weißt du, wie ich heiße? Jean schüttelte den Kopf. Sollte sie ihn wirklich kennen? Max? Nein, so heiße ich nicht, sagte er kichernd und stellte ihr Frühstück hin. Sie kam sich vor wie im Märchen von Rumpelstilzchen. Was würde passieren, wenn sie den richtigen Namen nannte? Ich hab dir ein Buch mitgebracht, damit dir hier nicht zu langweilig wird. Danke, sagte sie höflich. Er schien gut gelaunt und sie wollte ihn nicht verärgern. Wollen wir nachher Schach spielen? Hermine verzog den Mund. Seit sie durch das riesige Schachbrett musste, mochte sie es nicht. Sie hatte niemals nachvollziehen können, warum Ron und Harry es nach dem furchtbaren Erlebnis immer noch spielten. Sie bemerkte seine gerunzelte Stirn und stimmte schnell zu. Gerne. Wie sollte sie das durchhalten? Er suchte offensichtlich ihre Nähe. Dachte er, sie könnten Freunde werden? Als er sie verließ, rannte Jean zur Tür und lauschte. Sie hörte seine Schritte und wie eine zweite Tür zuschlug. Er war weg. Sie versuchte, der Tür irgendeine Schwäche abzuringen. Konnte man sie raushebeln? Die rostigen Scharniere sahen nicht sehr stabil aus. Sie müsste nur den Stift herauslösen und könnte dann die Tür aufhebeln. Sie sah sich um und betrachtete den Stuhl. Ohne zu zögern, nahm sie ihn und zerschlug ihn auf dem Boden. Dann griff sie sich zwei Stuhlbeine. Sie legte das eine zwischen die Ritze und klopfte mit dem anderen dagegen. Sie fungierten wie Hammer und Meißel. Stück für Stück hob sich der Türbolzen. Ab und zu brach ihr das Holz weg und sie musste das Bein neu ansetzen. Aber es funktionierte. Die oberen Scharniere waren ab. Der untere dauerte länger, da der Winkel schwieriger war. Ihr Herz klopfte. Hoffentlich hörte er sie nicht. Nach einer gefühlten Ewigkeit löste sich auch der zweite Bolzen. Sie fasste an die Tür und zog. Sie stemmte sich mit den Füßen gegen die Wand und zerrte. Das war nicht möglich. Aus physikalischer Sicht müsste die Tür aufgehen. Es war Zauberei. Sie hielt inne. Natürlich hatte er die Tür magisch verschlossen. Wie konnte sie nur so naiv sein? Sie war keinen Schritt vorangekommen. Grauen erfasste Jean und kalter Schweiß brach aus ihren Poren. Dieses Monster war unberechenbar. Auch wenn er nett zu ihr war, loderte eine innere Gier nach Gewalt in ihm. Doch jetzt stellte sich die Frage, wie würde ihr Werte auf die Unordnung reagieren.